so in der Führung einer Hundes zu weiter man wird gleich die Fingst mann ein Tischer also der Prüfungs bereich Kontrollpunkt stecken das ist ja letztes Mal gespeitert um Also hier ist wieder ein Checkpoint, dann geht's hier auch weiter. Das ist nix, was ist das? Ok, also hier ist nix, was ist das? Der ist noch mal dritzelang, genau. Waa? Ok. Lol. Der kann sogar... Ah, ok. Das ist jetzt natürlich auch so klar, wie es geht. Der hat ein Ding-Bote-Steak. Das ist sehr ungünstig zu sein. so. Ich will es jetzt nicht durch. Ach so. Aber du hast healthier, du hast die Platz wenigstens. t er hat ist es ist ein Park oder soll es sein ja und wie gehen wir zurück wir kamen ja gar nicht von hier doch wie genau wie kann ja von hier das ist es noch da weitergehen ganz logisch also weiter weiter und diese Zeitlupe die kommt dann wenn die FPS unter 60 fällt Moment mal kann man also ich check da gar nichts ich kenne die ganze Zeitlupe diese Dinger aber irgendwie ich sehe das nicht ich sehe das nicht ich sehe das nicht Also ich check grad gar nix, weil wir sind die ganze Zeit, na gut, vielleicht nicht einfach nur ne bestimmte Anzahl, aber ich raff da grad echt nix, aber wirklich nix. Was sagt uns dieses Igel nochmal? Steht hier nix. Moment mal, genau, klar, wir können ja, wie geht man hier auf die Map? Wo müssen wir denn hin? Ich trete den unterirdischen Tempel, ja und wo ist der? Da und, nein. Moment mal. Ach, wir haben schon ein anderes Ding. Hab ich grad nicht gesehen. RB Status. Achso, das sind unsere Fähigkeiten. Kann man eine Bitte sagen, wo wir hin müssen? Danke. Da hin? Ne, da sind wie? Hä? Leichte Überforderung. Da sind wir grad in dem roten Bereich. Das sieht doch auch grad gut aus. Ähm. Achso, ja, flüchtig. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal zurück. Ganz viele andere Möglichkeiten haben wir auch nochmal. Man sieht doch hier genau hier 55 Meter sind wir zu unserem Ziel. Oh Gott, jetzt ist er wieder diese. Guck mal. Genau so werfisch die Ding. Die kosten immer ein bisschen. Ach, jetzt ist es nur Nahkampf. Also was heißt Nahkampf, es ist nicht ein Endless Range oder so. Okay, hier hinten haben wir ja schon gekriegt, da ist er, ja. Okay. Irgendwie. Wir müssen da unten hin. Aber hier ist, hier ist das Ding gesperrt. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie öffnen, aber wie? Wie? Ich laufe einfach nochmal nach da. Wir haben da hochkommen, wenn jetzt. Wir haben einfach irgendwas. Na klar, wo wir hin müssen, weiß ich, aber... Nein, das ist ja hier was ganz anderes. Vielleicht... Was heißen diese gelben Dinger denn hier? Also wir gehen jetzt erstmal hier kurz, versuchen wir hier uns weiter nach oben zu gehen und gucken mal, was dieses gelbe Zeichen heißt. So. Gibt es ja schon wieder, oder? Ne, steht hier drin. Wir waren hier oben auch schon, das ist da. Okay. Wie? Ah! Okay. Okay, 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 okay. Das heißt, das Ding muss man mit dem Kunai aktivieren. Stand bestimmt wieder irgendwo, um euch mal wieder zu blödes zu lesen. Dann gehen wir nochmal hier kurz noch da weiter, um... Oh Gott. Da sind wir, ne? So. Guck mal, wo waren... Ach, da hinten, okay. Warte mal, warum langt es jetzt? Jetzt hört es auf. Ja, deswegen... Nimm ich das gerne mit Traps aus, weil... Jetzt kann man nichts mehr machen. Erstmal, da hinten können wir noch weiterlaufen zu dem Teil, und hier unten auch, aber da müssten wir die ganzen Schäfte hier runterlaufen. Ach, stoppard. Ja, man könnte eigentlich noch einmal weiter... durchgehen. Wir gehen da einfach auch nochmal runter. Gott, nein. Gott, nein, dodge. Klasse, das bringt uns eh nix, weil wir da später eh wieder hoch müssen. Wat? Achso. Sind hier falsch. Gott, nein, renn. Ach, nein. Moment mal. Okay. Hab ich gewusst, dass wir hier lang nochmal müssen, hat sich das nett gemacht. Hä? Hä? Na, klasse. Ähm... Wie kommen wir da rein? Oh, cool. Nacky Aufladungszeitverkehrs. Finden. Das wäre noch hier... Kommen wir von hier nach, wo sind wir denn grad? Ja, keine Ahnung. Falls ja, wäre schon geil, aber... Nein, äh, nein, hier, bitte nicht mehr rein. Gott. Ich kann die Dinge doch zurückwerfen, nur die Netz. Ja, das kommt doch. Hä? Hä? Komm, wir da... Ach. Also, jetzt... Ach, okay. Hä? Das Timing hier ist mal wieder... Wir müssen noch da oben... Wie soll denn... Hey, lol. Ach so. Ich hab gedacht, oh. Gut, hier kommen wir jetzt ja lediglich hier hoch. Das bringt uns nix. Wenn ja, müssen wir das hier hinpacken, aber wie soll das denn gehen? Schmerz nicht können wir irgendwie bestellen. Was haben wir denn? Das ist jetzt für... Schiffre... Ach so. Ich springe zu hoch, um da durch zu kommen. Ich bin halt jetzt gezwungen, diese ganze Reise wieder zurück, um diese scheiße Teile darauf zu nehmen. Aber gut, okay, das kriegt man irgendwie hoffentlich hin. Das Kuhner hat ziemlich ganz, was auch geil ist, ist das hier. Das Kuhner hat ganz, was das Ding da mit schmacht. Ich hab auch lieber Fallen ausprobiert, wie soll ich das schon immer zu erfahren. aber hier können wir uns wieder aufladen und jetzt wieder kommt hier diese oh Gott nein zu früh wie kommen wir jetzt ich finde es ist irgendwie Vorteile erstes Motto vielleicht einfach nur mit Vollgas durchrennen aber ich weiß es nicht die Feinde können uns ja hier im Prinzip komplett scheißegal wird mir hier nur durch und die Upgrades zu kriegen gut ok gut 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 wenn ich das jetzt richtig verstanden haben müssen wir hier ja und was sind wir scheinbar geht hier oben gut 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 verstanden jetzt der versunken tempel war endlich alle so und jetzt in dieser leckzeit machen wir eine pause und machen aber in der nächsten folge hier weiter